Nehm dies, sind's heim. Das hobst du ihn jetzt? Peace und herzlich willkommen hier auf der Gewerbeschau in Birgland, also genauer in Schwendt. Ich hoffe das geht mit dem Ton, weil der Wind schon wieder so geht. E-Auto-Ausstellung ist da. Es sind jede Menge E-Autos da, ich führe euch dann mal rum. Auch der neue E-Soul ist da, Sven, für dich. Ich schaue mir den auch mal an, ich habe den im Original nämlich noch gar nicht gesehen. Und während die High-End-Kanäle von YouTube, die über E-Mobilität berichten, den High-Class-Veranstaltungen sich rumtreiben, wie zum Beispiel Sinsheim, muss ich mit einem kleineren Event mich begnügen. Aber da bin ich auch selber schuld. Und, aber da wird's auch geil, weil hier nicht die höhere Gesellschaft ist, sondern die normale. War ein Witz, ja. Also, ich führe euch mal rum und dann schaut euch das mal an. Und ich werde auf jeden Fall definitiv auch mal den neuen E-Soul testen, beziehungsweise mal ganz gemütlich mal reinsetzen. Vielleicht kann man auch Probe fahren, mal schauen. Und auch bei mir, mit meinem Auto kann man Probe fahren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist der Hersteller, den kenne ich gar nicht. Bestimmt immer so eine Abi-Zeit. Das ist der Hersteller. Das ist Gewöhnungsbedürfnis. Aber naja, es geht. Es ist ein Türöffner. So, schauen wir uns mal einen Model 3 an. Mir hat er angeboten mal Probe zu fahren, allerdings machen wir das ja nicht heute, sondern das machen wir mal im Laufe der Woche oder sowas. Ich kann jederzeit mal vorbeikommen und den Probe fahren. So, wie gefällt er mir? Also, es ist erst einmal ungewöhnlich, wenn du ein normales Auto fährst und in einen Tesla einsteigst. Das kennen wir ja. Das Model S ist ja bekannt. Ganz ehrlich, das Model 3 gefällt mir besser als das Model S. Jetzt wäre wieder natter Pus und Blasphemie kriegen, aber ganz ehrlich, mir gefällt er besser. Ungewohnt natürlich, dass hier kein Tachomedia in der Mitte ist. Man gewöhnt sich daran, was soll's. Alte Zöpfe abschneiden, da tut sich der Mensch immer schwer. So, wie schaut das ja aus, das Display? Das Display ist natürlich hochauflösend, ist wirklich klasse. Ich muss bloß mal schauen, dass sie die Musik da irgendwie wegbringen, weil das ist ja A gefällt mir nicht und B wäre sonst gesperrt. Das will ich nicht. So. Das Display ist natürlich genial, ist richtig gut, aber das ist man ja von Tesla so gewohnt. Warum können das andere nicht? Das Problem ist, das können andere wahrscheinlich schon, aber dann wird es wieder heißen, dann wird es von Tesla abgeschaut, also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Besser gut kopiert als schlecht selber gemacht, würde ich mal sagen. Holz, ich weiß gar nicht, ob das echt ist. Ist das ein echtes Holz, kann man das ja sagen? Ich denke schon, oder? Hier natürlich für unsere deutschen Edelautofahrer, das ist weich. Lederausstattung, klar, ich bin jetzt nicht so der Freund von Lederausstattung. Es war früher mal anders, aber, ja. Da bin ich mal gespannt, da darf ich eine Probefahrt machen, hat er gesagt. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Woche, bin ich nicht da. Aber vielleicht übernächste, überübernächste Woche, mal schauen. Und dann werden wir mal den Model 3 einfach mal ein bisschen testen. Tja, jetzt sitze ich drin im Nachfolger von meinem. Und E-Soul quasi, der 2019er, das ist der Große. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja schon gesehen auf die Bilder, und da habe ich mir schon gedacht. Aber das Teil ist außen wie innen um einiges erwachsen als meiner. Meine ist ein bisschen so verspielt, und ja, mit dem Höllgrau innen drin. Das schaut ein bisschen aus wie ein Spielzeichenauto. Das hat jetzt der nicht? Der ist schwarz. Der ist von der Verarbeitung her definitiv besser als der Kona. Ein Kona weiß ich ja, wie der verarbeitet ist. Und das ist einfach ein Auto, das ist erwachsener. Ich weiß nicht, es ist größer als der Kona. Mir gefällt auch von der Form her natürlich auch sehr, sehr gut. Die neue Form gefällt mir außerordentlich gut. Und ich habe dir das alles schon gesehen, aber ich zeige es euch trotzdem. Auch wenn ihr nicht wollt. Lenkrad, klar. Der ist bloß nicht an. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich noch eine Grab-Robifahrt machen. Mal schauen, was er sagt. Daher vom Toyota-Hintler. Hier haben wir nun Cardoon. Ein wirklich schönes, großes Display. Mal schauen, wie die Auflösung ist. Auch eine große Mittelkonsole. Ich verstehe gar nicht, warum. Warum, dass man das macht. Die ganzen Knöpfe, wie die zum Beispiel. Die könnte man doch woanders anbringen. Um damit eine schmalere oder vielleicht sogar überhaupt keine Mittelkonsole zu machen. Vielleicht erst ab da. Hinterwärts so rüber, dass man hier noch was hinstellen kann. Aber da braucht man eigentlich nichts. Und wenn man dann Angst hat, dass irgendwas hin und her kullert oder so. Da kann man ja so einen kleinen Absatz machen. Aber ich verstehe es leider nicht, dass die so massiv ist. Die vom Krona ist ja noch massiver. Also wahrscheinlich von der Breite her gleich, aber ein bisschen höher. Und dann wirst du hier schon eingeschränkt zum Knie. Ach im Übrigen schaue ich auch kurze Hose an. Also ihr könnt eure Frauen wieder aufheben, die jetzt in Ohnmacht fallen. Ja, das schwarze ist schon einiges schöner. Das heißt die Lederausstattung. Fällt mir jetzt auch ganz gut. Ich habe mir die eigentlich anders vorgestellt, aber die ist wirklich toll gemacht. Hinten. Das setzen wir dann auch mal hinten rein, weil der ist hinten definitiv größer als der Kona. Und da wird natürlich der Säcki auch schon reinpassen. Ich frage mal einen Säcki, was er dazu sagt. Ja, ich fahre meinen noch drei Jahre. Mal schauen. Ja. Und jetzt tue ich mich mal hinten rein setzen. Jetzt sitze ich hinten drin und man sieht, auch dieses Auto kleidet mich gut. Und vor allem, ich habe den Sitz jetzt vorne so eingestellt, dass ich vorne ganz begnehm sitzen kann. Und schaut euch das an. Also ich habe wirklich genug Platz. Und was noch ist, das habe ich jetzt bei meinem Netz. Ich kann die Beine unter den Sitz oder die Füße unter den Sitz tun, so wie hier. Das geht bei meinem Netz. Da ist der Sitz nämlich ein bisschen tiefer. Und ja, also er hat hinten sogar noch mehr Platz als meiner. Kofferraum ist so eine Sache. Also mir reicht er ja. Zwei Personen im Haushalt perfekt eigentlich. Aber soviel den Urlaub fahren wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Da wird wahrscheinlich der E-Niro besser sein. Aber laut Verkäufer, der jetzt da ist, wird ein bisschen dunkel, gell? Ja, es ist meine Intelligenz. Der Verkäufer hat gesagt, Lieferzeit momentan ein Jahr. Genau wie beim E-Niro. Und das ist das einzige Problem, das Kia momentan hat. Lieferzeit. Es ist soweit. Focker unterwegs im neuen Soul e.V. Wow. Die Auflösung ist schön. Schöner wie beim E-Niro. Um einiges. Die Kilometer Anzeige ist natürlich schön. Gefällt mir. Sehr gut. Auch dieser Drehregler ist ein wunderbares Stück Technik. Da braucht man eigentlich gar nichts mehr anders eigentlich. Schön, 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 schön. Drive-Mode hat er verschiedene. In dem Fall ist er jetzt auf Normal. Jetzt ist er auf Sport aggressiv. Geht ein bisschen runter von der Reichweite. Aber ich bin eigentlich eher der normale Fahrer, darf ich mal sagen, oder? Ja. Sind schlechte Fahrer, normale Fahrer? Ja. Also bin ich normal. Dann passt. Head-Up-Display hat er. Finde ich jetzt gut. Und man hört es innen drin, hoffe ich. Warte mal. Wo sind wir? Da sind wir. Man hört es nur von außen, wenn man es ausschaltet. Es ist wirklich leise. So, und dann würde ich jetzt mal sagen, dann fahre ich mal los. Und los geht's. Ganz leise und unverschämt. Ja, dann laden wir doch klein. Dann fahren wir doch nicht alleine, sondern dann nehmen wir einen Kollegen von mir mit. Einen Siemensianer, der darf auch mit einsteigen, oder? So, machen wir gleich eine Probe vor zu zweit. Das ist jetzt der neue E-Soul. E-Soul. Ich bin ihn noch nie gefahren. Aber jetzt. Da steht mein Alter. Und weint. Lass mal einen Verbrenner raus, weil wir ja eh Autofahrer sind. Die dürfen das. So, dann mach ich mal aus, weil Kamera halten unter dem Fahren ist blöd. Tschüss. Jetzt! Schönein. Ja! Das geht's! Da sind sie immer aus. Chao! Dann fahrrad. Och da drinnen! Fahrrad! Allsam! Und dann fahrrad! Verräumann. Und? Da? Fokker ist aufgestiegen zu einem Kampfpiloten. Und warum? Weil ich das erste Mal mit einem Twizy fahren darf. Jetzt werden viele sagen, du hast ja echt Ahnung von E-Mobilität. Ich finde ihn geil. Ich wollte ihn schon immer mal fahren, bin ihn nun nie. Jetzt darf ich und da fahre ich jetzt schnell heim, wer kurz hupen und dann wieder herfahren. Einfach nur so, weil es kann. Voll geil. Das ist ja genial. Da kommst du dir wirklich vor wie einem Segelflieger. Und ja, ich bin öfter schon Segel geflogen. Sagt man Segelflieger geflogen? Wahrscheinlich nicht Segelflieger geflogen. Ja, genial. Super toll. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding fährt. Tja, fahren wir mal mit dem Twizy. Der Twizy Man. Er ist sehr laut. Ich hätte nicht gedacht, dass er so laut ist. Man hört den Motor. Man hört auch die Bremsscheiben, aber auch bloß wahrscheinlich, weil er so selten gefahren wird. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich glaube fast nicht. Aber ihr werdet es dann schon mitkriegen. Ihr werdet es dann schon mitkriegen, dass er eigentlich schon um einiges lauter ist, als man gewohnt ist vom E-Auto. Servus. Aber es macht Laune. Also für die Arbeit zu fahren, der soll ja 80 Stundenkilometer fahren. Ich weiß jetzt nicht, habe ihn noch nicht ausprobiert. Aber ja, ich denke mal, für die Arbeit, für mich rein theoretisch, für die Arbeit fahren, jeden Tag um die 40 bis 45 Kilometer, ausreichend. Wenn er ein wenig schneller fahren würde, dass du halt auf der Landstraße nicht unbedingt Verkehrshindernis bist, wäre es schon gut. Und er müsse halt geschlossen sein, dass du im Winter auch mal fahren kannst. Weil so wird es dann schon recht huschelig, glaube ich. Ja, dann schalt dich um und dann passt es. Das war's. 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 Also da geht es hier wirklich extrem steil den Berg hoch und er ist da locker mit 60 jetzt hochgefahren. Also selbst diesen Berg schafft er gut, mit einer guten Geschwindigkeit, ohne dass er eigentlich zu langsam wirkt. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist sehr, sehr schön. Jetzt sieht man mal ein bisschen was los ist. Wir haben hier natürlich auch Verbrenner, da haben wir einen Ioniq, einen weißen, ich habe mich gerade mit ihm unterhalten. Er hat jetzt seit zwei Wochen das Umstieg von einem Peugeot 207cc auf den und kann sich nicht mehr vorstellen, was anderes zu fahren, außer eh. Da ist er, Servus. Ja, es ist ein User gewesen, ein User, ein Follower quasi. Ja, ich filme jetzt das nicht, weil ich mich da so richtig schön drin spiegle, sondern weil es eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und zwar ist das ein kleines Sonnenkraftwerk. Was heißt jetzt das? Das heißt wie folgt, du kaufst dir diese Panel, es ist ein Schubbuchstecker dran, steckst du dir daheim in die Steckdose und damit kannst du Strom ins Netz speisen. Natürlich musst du die ganzen Auflagen erfüllen, wie zum Beispiel anmelden und der Stromzähler, da wissen wir noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber das Teil kommt komplett so, wie es da steht, hat 30 Kilo circa, inklusive Wechselrichter. Hier geht der Strom rein, da geht der Strom raus. Und schon kannst du zum Beispiel auf dem Balkon als Mieter oder wenn du nicht viel Platz hast, kannst du Solartechnik nutzen und damit zum Beispiel, wenn jetzt du ein Aquarium hast, tagsüber dein Aquarium damit speisen, ohne dass du Strom brauchst. Ist das genial? Ich glaube schon. Auch zu haben ohne Fokker-Spiegelbild. Das war's. War interessant. Ein paar Probefahrten selber gemacht, ein paar Probefahrten machen lassen. Hat eigentlich wunderbar hingehaut. Interesse war sehr hoch. War aber auch ein bisschen, ja, wir hätten eigentlich gedacht, dass ein bisschen mehr Interesse ist, aber das Wetter hat eigentlich auch gepasst. Auf jeden Fall war alles gut, hat mir sehr gut gefallen, hat Sinn gemacht, wieder ein paar Leute mit erstaunten Gesichtern zurückgelassen und dementsprechend, ja, bin zufrieden, hat mir gefallen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, danke fürs Zusehen. Servus sagt locker, euer Fokker.